Ich kann mich, sehr schön, ich kann mich erinnern in Sniper Elite 4, Kumpel und auch wegholt, schönes Ding alter. Ist Bertha eine Hu? Bertha gibt sich jedem hin. Gib! Ja! Und tschüss Kumpel! Oh, alter, hallo. Hier sind Schritte zu hören, viele kleine Mickey Maus Schritte. Na komm, komm, komm. Na hallo, hallo. Oh nein. Wir sind halt eine freundliche Armee, wir grüßen uns und... Oh, hey, hallo, was für ein Stuntmensch. Seid ihr alle Stuntmen? Du bist nicht der Erste, der so angeflogen kommt? Yo. Wir sind doch eindeutig in der Überzahl, muss ich sagen. Das finde ich nicht gut. Ich dachte schon, dahinten hätte ich einen Panzer gesehen wieder. Aber war nicht zum Glück. Aber da oben steht schon wieder einer. Aufpassen, dass sie dich nicht sehen, sonst bist du gleich wieder... Was? Bertha? Okay. Sonst bist du wieder gleich Geschichte. Da steht auch schon wieder einer. Mist. Was? Verstärkung kommt gleich. Dein Wort in Gottes Ohr. Äh, schade. Ich kann mich... Oh, ist ja schön. Ich kann mich erinnern, in Sniper Elite 4 konntest du die Typen im Panzer erschießen. Wenn du durch dieses kleine Fensterchen... Schade. Wenn du durch dieses kleine Fensterchen geschossen hast, wo der Fahrer oder der Schütze rausgeguckt haben... Oh, ja! Ah, da liegt er. Da. Da ist er. Da ist er ein schleimiger Kumpel. Und auch weggeholt. Schönes Ding, Alter. Die hätte ich echt nicht gedacht. Aber langsam, langsam werde ich warm mit dem... Mit dem Snipen. Da kommt schon wieder ein Dicker an. Ey. Da rennen sie rum, da hinten. Wie die aufgescheuchten Hühner. Getroffen und gesichtet, aber leider nicht getötet. Weder getroffen noch gesichtet. Ich bin ein geduldiger... Sniper. Aber zu spät. Alles treibt sich bei der dicken Bertha rum. Bertha kann sich... ...nicht beklagen. Niemand kann sagen, dass die dicke Bertha... Mann, scheiße, zu spät. Dass die dicke Bertha sich über Männerbesucher beschweren muss. Also, dass sie zu wenig Männerbesuche kriegt, meine ich. Ist Bertha eine Hu? Möglicherweise. Und sie unterscheidet auch nicht zwischen Männlein und Weiblein. Ihr ist alles egal. Wer da gibt sich jedem hin. Mann. Ich sehe... Oh, oh. Treffe ich ihn? Ja! Wir verlieren Ziel Andon, habe ich gehört, oder? Ja. Ja. Boah, ich... ...will gerade hier nicht weg. Ja, Junge. Ich kann mich nicht in Scheiben schneiden. Ich wünschte mir, ich hätte Augen im Hinterkopf und noch zwei Arme am Buckel. Dann könnte ich nach vorn und nach hinten... Nein. Nein, er hockt sich gerade hin. Er hockt sich gerade hin. Ja. So schnell, du sagst es. Du sagst es. Meine Liebe. Liebe meines Lebens. Ah, nein, nein, nein. Warum? Er war zum Greifen nah. Und kein beschissener Sanitäter in der Nähe. Oh, zu hoch, zu hoch. Zu tief. Und jetzt ist er weg. Und ich auch tot. Schade. Mist. Oh, er stand so schön. Ey, Kumpel. Geiler Typ. Er stand so schön auf dem Präsentierteller. Und ich habe es halt nicht auf die Reihe gekriegt. Ihn einfach mal da oben aus seiner Hütte. Da steht er wieder. Da steht er wieder. vorbei, wieder zu hoch. Nein, jetzt sehe ich wieder nichts. Jetzt hat er sich verpisst. Jetzt hat er sich wieder verpisst. Mann, 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 Mann. Schade, er ist weg. Er ist weg. Meine Chance. Ich hatte noch mal eine zweite Chance bekommen. Und habe sie vermasselt. Da drüben. Ja, ich habe es gemerkt. Ich möchte erst mal in Sicherheit. So, dann gucken wir uns den Spaß mal aus der Nähe an. Ich sehe wieder nichts. Oh, oh. So nah bei Perta haben wir noch. Nee. So nah will ich da nicht hin. Oh, er schießt sich auf mich ein, Junge. Da schießt sich einer auf mich ein. Gib. Ja. Und tschüss, Kumpel. Hier wird nicht mehr rumgesiebt. Oh, wir haben den Sektor verloren. Nein. Wie konnte das passieren? Warum? Oh, alter, hallo. Was für ein Elektronik. Und die letzten Zuckungen. Ach, ich auch. Vor lauter Freude über diesen schönen Stunt habe ich gar nicht mitgekriegt, dass ich auch tot war. Alter, wie der das Paket hingeschmissen hat. War auch nicht schlecht. Voll ausgeholt. Ich dachte, er schmeißt sie ihn so an den Schädel, dass da... Kopf abfällt. Ach, nein. Zu spät, zu spät. Aber Mann, es ist... Es ist der Albtraum eines jeden Scharfschützen hier. Dieser Nebelboost. Aua, Feuer, nein. Aua. Ja, ja, ich geh zur Seite. Schieß. Guckt ein Panzer da von rum. Oh. Ich höre Schritte. An meinem rechten Ohr vorbeirennen. Da tummelt sich einer. Da tummelt sich einer. Ah, ich wollte ihm auf die Beine schießen. Und hab, wie immer, nur Scheiße gebaut. Hier sind Schritte zu hören. Viele kleine Mickey Mouse Schritte. Oh, er steht vor mir. Rettet mich jemand? Ja. Meine Seele muss noch nicht zur Hölle fahren. Da hinten liegt ein Kumpel. Ob ich... ihn retten kann? Na komm, komm, komm. Ach, hallo. Hallo. Oh, nein. Wieso hat er sich nicht gebückt? Man weiß es nicht. Lass mal ein bisschen Sightseeing hier machen. Flughafen. Ein sehr schönes Objekt. Und zwar rolle ich jetzt das Feld von hinten auf. Guck, hier treiben sie sich schon alle rum. Die Kollegen. Alter, wie viele seid ihr da? Aber ich bin cleverer als ihr. Ich gehe ganz weit an den Rand. Ui. Schade. Ja, ja. So kann es passieren. Wer sich mit mir anlegt, stirbt. Oh, die Chance. So viele Chancen. So viele Chancen. Er saß doch praktisch auf dem Tablett, Junge. Alter, wieso denn nur Hitmarks? Muss doch mal einer in den Schäden geschossen werden. So wie der. Danke. Yes, Panzer. Hallo. Oh, 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 oh. Der Ticke dort versteht keinen Spaß. Er guckt immer noch in die Richtung, wo die Sniper sich rumtreiben. Und es war so ein schöner Spot eigentlich da hinten. Könnte mich ärgern, dass ich da rausgefeuert wurde. Aber, ich suche mir einfach einen neuen. So, hier hinten ist glaube ich auch nicht so falsch. Akaway, hallo. Mensch. Wie kommt denn hier immer alles gefahren und geflogen da, wo ich bin? Das eine Ziel, mehr oder weniger, können wir doch verkraften. Scheiße. Ja, sie ist immer noch 150. So, mal sehen, ob ich wieder zurück zu meinem schönen Spot komme. Jungs, grüße euch. Gut Schuss. Sehr schön. Ich sag's doch. Da hinten fühle ich mich am wohlsten. Oh, da ist ein Sniper. Ich hab keine Binder. Kann dir nicht helfen. Beim besten Willen nicht. Ich kann mich ja noch nicht mal selbst retten. Ach, shit. Wahrscheinlich liegst du da sicherer. Aber, ich bin ja hier, um zu schießen. Irgendwie. Da war doch gerade was Rotes. Da ist mir noch ein... Mann, jetzt hab ich hier gewackelt. Vorbei und tot. Meine Devise als Sniper lautet vorbei, verwackelt und tot. Das sind so die Dreieckpfeiler meiner Sniper-Karriere. Oh, Mann. Das war wieder meine Chance. Was mehr ich denn immer nur so... Neues bohren, neues Glück. Möge das Sniper-God mit mir sein und meine Hand führen. Auf das ich noch ein paar Kills raushole. Ach, da ist schon tot. Schade. Oh. Ja. Ja, ja. Komm, tu da hinten. Bleib stehen. Oh, schade. Er hat Nebel gemacht. Irgendwas hab ich getroffen. Ich hab in den Nebel reingefeuert und irgendwas hab ich getroffen. Aber es war leider nicht tot. Da unterm Kran. Er hat sich bewegt. Oh, was war das? Schade. Da war gerade so eine schöne Ansammlung da hinten. Das wäre eine Chance gewesen für mich. Aber hat nichts sollen sein. Weil ich zu blöd bin zum Schießen. So. Aber man. Und wer da hinten wird gerade heimgesucht von Ungeziefer. Ui, ui, ui. Ja. Du sagst es. Oh. Und schade. Weg ist er. Hi. Wir sind halt eine freundliche Armee. Wir grüßen uns und gehen auch mal abends auf ein Bierchen aus. Da kommt was angeflogen. Scheiße, wir haben den Sektor schon wieder verloren. Ich will aber nicht mich zurückziehen. Gestatten Vorhaut. Zieh mich zurück, Junge. Hallo. Ist ja noch einer, den ich abknallen kann. Oh, Schritte. 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 Lauf. Lauf. Ich will nicht sterben. Nein, ich will nicht sterben. Lauf. 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 Geschickt. Geschickt. Wie ein kleines Wiesel. Wiesel flink. Und jetzt. Oh, hier wird schon wieder eingedeckt ordentlich. Ja, zu spät. Ich sehe nichts. Aus. Aus. Wollte ich eigentlich. Oh, hey. Hallo. Was für ein Stunt. Mensch. Seid ihr alle Stuntman? Du bist nicht der Erste, der so angeflogen kommt? Na klar. Macht eine Million auf mein Konto in der Schweiz. Ja. Ehrlich gesagt habe ich ihn gar nicht mehr gesehen. Ich hatte ihn nur noch vermutet. Manchmal findet auch ein blindes Korn einen Huhn. Krag Jürgensen hat der Mann mit dem Kragenspeck Schade. Gerade als ich telefonieren wollte. Na dann. Hm. Kann man nichts machen. iyoruz. bursts. Bersi 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 combine 1 A Bersi